Auch nach Weihnachten hält Seal sich mit seinen größten Hits wacker, auch wenn es von der 8 auf die 10 geht. Deutschlands Kinder und Pre-Teens dagegen kaufen die Lollipops und wünscht dir was von der 16 auf die 9. Jay-Z hat den größten, behauptet ein Groupie in einem US-Hip-Hop-Magazin. Trotzdem fällt er mit Linkin Park und Collision Curse von der 6 auf die 8. Silbermond heißen so, weil der Name so vieldeutig ist und nicht nach einem bestimmten Stil klingt. Verschwende deine Zeit, bleibt eindeutig auf Platz 7. Der Besitzer von Eminem Studio ist ermordet worden und obwohl M in den USA weiter auf Platz 1 steht, fällt Encore bei uns von der 5 auf die 6. Juli stehen total auf die frühen Platten von Udo Lindenberg und fallen mit Es ist Juli in der 16. Woche von der 4 auf die 5. Das Lolita-Klischee, das nervt Annette Louisan, die auf knappen 23 Quadratmetern wohnt, obwohl Bohem Gold kassiert hat und nach 3 Monaten nur von der 3 auf die 4 geht. Einer der Söhne Mannheims ist verhaftet worden, wegen angeblichen Handels mit Hasch und Marihuana. Neuss fällt völlig stoned von der 2 auf die 3. Im Alter will Robbie Williams seine Kinder als Nudist schocken. Jetzt räumt er mit seinen Greatest Hits die Spitze und fällt auf Platz 2. Was für eine Überraschung. Mit ihrem Longplayer Your Dark Side marschieren Nu Pagadie von der 0 direkt auf Platz 1 durch. Wobei der Weg zum Popstar zumindest für Markus Grimm etwas länger war, als hier einfach mal bei Popstars durchzumarschieren. Seit frühester Kindheit feilt er nämlich schon an seiner Karriere. Schon als 4-Jähriger hat er nämlich beim Kartoffelfest im Kindergarten den Kartoffelkönig geben dürfen. Und mit 7 Jahren wurde er dann schon in der Regionalpresse für seine Rolle in der Grundschulaufführung von Cats abgefeiert. Was ihn ja zumindest kostümtechnisch schon mal auf Nu Pagadie vorbereitet hat. Ja, über seine Studentenrockband berichten wir dann einfach mal in der nächsten Sendung. Denn wir haben keine Zeit mehr. Ich habe jetzt nämlich Feierabend. Nächste Woche bin ich dann aber wieder für euch da am Sonntag um 20 Uhr. Und wer da keine Zeit hat, für den spielen wir hier einfach am Montag um 14 Uhr nochmal die komplette Sendung nach. Bis dann. Bis dann.